Und wir entern, die verbinden uns. Ten of ten WUD. Enter again. Okay, wir hier einschleilen. Wenn ich jetzt treffe, dann müsst ihr mir sagen, dass ich gut bin. Habt ihr das gesehen? First try. Kann man das überhaupt treffen? Bestimmt, oder? Das fliegt auch richtig komisch. Okay, es geht nicht auf. Kann ich die abfackeln? Das geht? Nice. Ich hasse diese Pose jetzt schon. Also ich, wie gesagt, ich bereue es ein bisschen, Hampe-Männer zu machen und diese Pose. Aber für euch mache ich mich doch gern zum... Obst. Glaubt ihr, ich werde zwischendurch so sterben, dass ich die Fee benutzen muss? Um mich wieder zu beleben? Kurze Randinfo, ich bin im Hero-Modus. Das heißt, ich finde zwischendurch keine Heilung. Keine richtige Heilung. Es sei denn, ich finde noch eine Fee. Oh, eine Fee. Okay, glaubt ihr ab jetzt, dass ich sterben werde? Pro Tod mache ich zehn Liegestütze. Ich bin einfach der beste. Einfach der beste Zelda-Spieler. Ich weiß gar nicht, wer es bezweifeln würde. Ich werde diesen Zelda-Randomizer später wirklich zocken. Weil ihr guckt mir jetzt bei Zelda zu wie... Och, nein! Ihr schaut mir bei Zelda gerade zu wie... Weil ich auf den Chat geschaut hatte und bin dabei gelaufen. Ehrlich gesagt. Das war eigentlich richtig dumm. Deswegen ist alles, was hier im Chat passiert, immer ein bisschen... Oh, Jesus. Jesus! Bei denen ist es auch, glaube ich, sehr schwer, die Spezial-Tage auszuzunen. Bei denen ist eine krasse Rektion. Oh, Gott. Alter! Auf jeden Fall noch mal fehlen. Ich muss einfach aufpassen mit... Alter! Geh weg, geh weg! Wieso kam ich auf die hirnverbrannte Idee, Streaming mit Sport zu verbinden? Warum? Wieso lasse ich das zu? Ich bin der, der streamt und trotzdem leide ich. Das letzte, was du siehst, bevor du stirbst. Ich wusste genau, ich kriege Schaden. Ich habe aber leider den Schlüssel nicht. Wie es bei Zelda so ist, muss man natürlich erst mal hier... den Kiefer... Ich bin einfach der Beste. Ich hätte einfach Pokémon Snap spielen sollen. Heute bin ich echt ein bisschen brain-dead. Aber gut. Solche Tage muss es auch mal geben. Oh! Oder Wochen. Und jetzt muss ich mich hier klein machen. Speaking of klein machen. Will ich ja eh schon. Also Jeremy hat, glaube ich, für ihn geschrieben, dass er glaubt, dass ich noch ins Chapter 9 komme. Auf jeden Fall schaffe ich das. Habe ich dann gestern oder vorgestern ein Kumpel gefragt im Discord, was eigentlich wäre, wenn dann auf einmal jemand 150 Euro spendet. Habe ich gesagt, ey, mach ich halt 150 ab. Männer? Easy. Aber ich merke schon, ich bin einfach jetzt schon komplett tot. Das ist einfach gegenseitig besiegen, ne? Dieses Gesicht ist so geil. Wuhuhu. Ah, ich sehe nichts. Ah, das ist so geil. Ah, das ist so geil. Du weißt, ich habe ihn geschafft. Okay, ich mache jetzt die Pose und Liegestütze. Wegen euch. Aber nur wegen euch. Und weil ich es witzig finde, wie Jeremy hier jeden disst. Aber auch wegen euch. Hasse euch. Hasse euch.